Optimal zur nahenden Jahreszeit. Zunächst würfeln wir zwei Zwiebeln. Dann geht's auch schon ans Braten, angefangen mit dem Fleisch. Nach kurzer Zeit können die Zwiebeln hinzugegeben werden. Nach zwei Minuten scharfen Anbraten wird das Fleisch mit Zwiebeln mit den Paprika gewürzt. Im nächsten Schritt geben wir 125 ml Sahne hinzu. Endlich wird das Sauerkraut und die Gewürze runtergehoben. Nach etwa zwei Stunden Koffert wird der Rest der Sahne zugerührt. Rezept für eine leckere Beilage in der Bio.